Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem kleinen Video noch. Ja, vor zwei Tagen ist ja der Teaser erschienen zu dem neuen See, der hoffentlich sehr bald erscheinen wird. Also ich muss sagen, ich freue mich drauf. Wir gucken uns jetzt den Trailer, den kleinen, einfach mal an. Leider nur 51 Sekunden. Und ja, wollen wir mal ein bisschen drüber reden. Ich möchte auch gerne mal wissen, wie ihr das seht. Freut euch darauf oder lässt euch das völlig kalt? Mit dem Tümpel, sage ich jetzt mal, also ich denke mal, er wird kleiner werden wie der Bernsteinsee um einiges. Aber so klein, schätze ich jetzt auch nicht. Ja, wir gucken uns den jetzt einfach mal an. Ich mache es mal auf Vollbild hier. Ja, hier sieht man schon quasi das Camp. Also ich denke mal, es ist eine Lebensmittelbude, ein Fischgeschäft, vielleicht auch hoffentlich, denke ich mal, ein Café. Eine Feuerstelle sehe ich jetzt hier nicht. Könnte aber sein, dass die woanders auf der Map ist. Ja, auf jeden Fall ist hier fette Party. Ja, jetzt sehen wir hier so ein Frosch, der tierisch abgefuckt ist, schätze ich mal, von der Ecstasy-Party, der da hinten stattfindet. Ja, hier sehen wir dann den See. Jetzt weiß ich nicht, ist das nur so ein Geschlängel hier runter oder geht das hier hinten irgendwo weiter? Ich denke mal, es ist schon eher rund. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das nur irgendwie ein Flusslauf ist, aber wird man sehen. Ja, und das ist natürlich sehr interessant. Für allen auch, ja, ich sage mal, für Leute wie mich, die auch Fische online gespielt haben. Ich glaube, so 600, 700 Stunden habe ich das Spiel auch gespielt. Das war auch ein schönes Angelspiel, keine Frage. Weil das gab es da schon vor 60 Monaten wurde das eingeführt. Dieser Stuhl, ein Futtereimer und ja, auch Lampen, die man um sich herum aufbauen konnte. Ich weiß gar nicht, ob da noch was anderes war. Auf jeden Fall sehen wir hier das Rot-Pod. Sieht auch anders aus wie bei anderen Bildern, wo ich das gesehen habe. Könnte sein, dass es verschiedene Versionen gibt, einfach von den Rot-Pods. Dass das schon so eine High-End-Version ist in Tarnfarbe. Hoffentlich nicht nur für Gold. Ich hoffe mal, dass es gestaffelt ist in Silbersachen, dass man das auch natürlich für Gold kaufen kann. Keine Frage. Also, ich freue mich drauf. Ich kann diese Angelständer schon nicht mehr sehen, muss ich ehrlich sagen, mittlerweile. Ja, also diese billigen, nichtssagenden Angelständer. Ich will meine Ruten immer schön gerade haben und frickel da immer so lange rum, bis sie einigermaßen schön stehen. Damit sollte Abhilfe geschaffen werden. Ja, und hoffentlich natürlich auch überall einsetzbar das Rot-Pod. Ich will auch meine Vieler-Ruten da drauf tun zum Beispiel. Nicht nur zum Karpfenangeln, aber ich denke mal, den kann man halt immer benutzen. Wird wahrscheinlich auch verschiedene Bissanzeiger geben und so weiter. Interessant finde ich, wie gesagt, mit dem Stuhl und dem Eimer. Ja, also bei Fischer Online ist der Eimer, den klickt man einfach und dann ist man sofort in der Futterherstellung drin. Das ist jetzt nichts Tolles oder, Entschuldigung, ich sage mal nichts Weltbewegendes. Aber der Stuhl bei Fischer Online ist sehr interessant, weil den kann man upgraden. Der verändert dann auch immer sein Aussehen und bringt immer mehr XP. Also mit so Token konnte man den aufwerten und die höchste Stufe hatte ich nicht, aber einige Ausbaustufen hatte ich. Ja, dann kann man sich auch wirklich in den Stuhl chillig reinsetzen, das Rot-Pod vor sich aufbauen, genauso wie es jetzt hier ist. Ich hoffe mal, dass das nicht nur jetzt eine Dekoration ist, sondern dass die das einfach auch geklaut haben dreist. Wieso auch nicht? Ist eine geile Idee mit so einem EP-Stuhl. Ja, wir dürfen gespannt sein. Gucken wir mal weiter. Ja, hier sehen wir jetzt die Fische. Ich bezweifle oder ich glaube, man sieht keine Fische rumschwimmen, weil eigentlich im Spiel die Fische spawnen am Köder und beißen dann einfach zu. Es gibt im Prinzip keine Fische, die in dem See rumschwimmen einfach. Das ist halt so bei R4. Also wäre mal neu, wenn das was anderes wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Fische da rumschwimmen. Ja, mehr muss man auch nicht dazu sagen. Also der Teaser ist erschienen, kann es ja nicht mehr so lange dauern. Also höchstens einen Monat noch. Ich hoffe auf jeden Fall schneller. Egal wann es kommt an dem Tag, ich werde mir einen Tag Urlaub nehmen und dann werden wir direkt mal ein Video klatschen. Wir werden uns die ganze Kacke mal angucken und direkt mal angeln gehen und hoffen auf ein paar schönen Kois. Ja, und wie seht ihr das? Das sagt ihr wieder, wieder ein Karpfensee. Man muss ja sagen, das letzte reine Grundgewässer ist ja schon lange her. Dann kam er dann erst Binninggewässer. Also ich finde es cool. Ich bin nicht gerne am Bernsteinsee, aber so ein kleinerer Tümpel. Jetzt mit Kois reizt mich schon, vor allem wegen dem Rotpot. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Gerne drunter schreiben, wie ihr das seht. Sagt ihr nö oder sagt ihr jo, freue ich mich drauf. Ich spare schon fleißig Silber. Petri Dank, bis dann. Macht's gut und tschüss. 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 Tschüss.